Ja, ihr Lieben, nächster Programmvorschlag start. Ja, die Erde versinkt im Chaos. Wieso tust du nichts? Wie denn die Katze schläft? Und ich habe ein paar Gedanken an den lieben Gott oder teilweise auch ein bisschen gebetsartig. Jesus und den Heiligen Geist. Ein paar Fragen, ein paar Sachen. Und falls das für euch von Interesse sein sollte, gerne wieder bei VK, Bitshoot, Odyssee oder Rampel zu schauen. Und dann gibt es noch, ich wollte jetzt normalerweise nur das jetzt hier reinbringen, aber dann doch noch drei Beiträge. Der letzte ist etwas unscharf, aber um was es da geht, wird man dann auch erkennen. Auch da unschöne Szenen. Sofern man es dann wirklich noch scharf irgendwie sehen kann. Das war ein Video, das mir zugespielt worden ist heute. Und selbst da jetzt hier bei mir, wenn ich das Video normal öffne, ist es schon ein bisschen verwaschen. Aber ich glaube die Message kommt da auch rüber. Ja, vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.